Ich lerne Deutsch. Nummer 1175 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe hier zwei verschiedene Packungen Ihres Medikaments. Welche Größe möchten Sie? Ich habe hier zwei verschiedene Packungen Ihres Medikaments. Welche Größe möchten Sie? Ich habe hier zwei verschiedene Packungen Ihres Medikaments. Welche Größe möchten Sie? Bei der Einführung eines neuen Produkts müssen wir klar definieren, welche Zielgruppe wir damit ansprechen wollen. Bei der Einführung eines neuen Produkts müssen wir klar definieren, welche Zielgruppe wir damit ansprechen wollen. Was kann ich jetzt tun? Ich habe die Verabredung völlig vergessen. Was kann ich jetzt tun? Ich habe die Verabredung völlig vergessen. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich bei meiner Arbeit zu oft unterbrochen werde. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich bei meiner Arbeit zu oft unterbrochen werde. Ich habe die Lösung gefunden. Ich habe die Lösung gefunden. Ich brauchte nur etwas Zeit und dann hat es plötzlich geklappt. Bestellen per Smartphone und bezahlen per Kreditkarte geht schnell und effizient. Bestellen per Smartphone und bezahlen per Kreditkarte geht schnell und effizient. Ich würde gerne in diesem Team arbeiten, deshalb habe ich mich online beworben. Die harte Arbeit hört nie auf. Wir haben viel zu besprechen und die Zeit drängt. Du machst das schon ganz gut mit dem Tanzen. Wir werden jetzt öfter üben. Du machst das schon ganz gut mit dem Tanzen. Wir werden jetzt öfter üben. Meine Nackenschmerzen nehmen wieder zu. Meine Nackenschmerzen nehmen wieder zu. Die Tabletten und die Creme haben nicht geholfen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Sie sind eines der mächtigsten Werkzeuge für Designer. Farben lassen das Layout erst richtig wirken. Sie sind eines der mächtigsten Werkzeuge für Designer. Manchmal hilft mir auch mein Vater. Er ist aber nicht immer zu Hause. Manchmal hilft mir auch mein Vater. Er ist aber nicht immer zu Hause. Die Heizkörper habe ich auf Lager. Ich kann sie aber erst übermorgen installieren. Alle Mitarbeiter leiten abwechselnd das Meeting. So hat jeder die Möglichkeit, vor der Gruppe zu sprechen. Alle Mitarbeiter leiten abwechselnd das Meeting. So hat jeder die Möglichkeit, vor der Gruppe zu sprechen. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles wieder gut. Ich glaube fest an deine Fähigkeiten, das Problem zu lösen. Manchmal laufe ich weiter als geplant, weil der Podcast so interessant ist. Wenn wir alle zusammen sind, gibt es viele Diskussionen. Wenn wir alle zusammen sind, gibt es viele Diskussionen. Das Meeting dauert nur 30 Minuten. Wenn du ständig Kopfschmerzen hast, solltest du einen Arzt aufsuchen. Wenn du ständig Kopfschmerzen hast, solltest du einen Arzt aufsuchen. Endlich habe ich etwas zu essen. Mein Magen knurrt schon. Endlich habe ich etwas zu essen. Mein Magen knurrt schon. Auch bei unseren Entwürfen für die neue Modesaison brauchen wir künstliche Intelligenz. Auch bei unseren Entwürfen für die neue Modesaison brauchen wir künstliche Intelligenz. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Endlich. 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 Endlich.